Hallo ihr freundliche Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns hier aus dem Stall. Wir waschen gerade im Hähnchen sein Schwein unseren Füßen. Ihr seht ja was da für ein Dreck runter kommt. Wir haben jetzt Kernseite, damit es weiter wird. Genau und Shampoo. Leute, Lifehack. Zieht euch so gerüpfelte Reifelsühe an. Und einen Eimerhandschuh. So habt ihr Peelinghandschuhe. So wie ich einen habe. Wir lassen hier die Füße und den Schwalz für den Thermafone. Jetzt ist Heli gerade später. Jetzt ist er ja noch dran. Mhm. Heli ist total entspannt. Er findet es toll. Nur Heli. Mhm. Für die Nase. Nein. So, jetzt lacht die Gärchen nicht sauber. Aber die kriegen wir in der Besuche. Ja. Die sind eigentlich gar nicht so dreckig. Ich habe den meisten Dreckschuss, äh, Löffel, Löffel gewurgelt. Jetzt fließt er gut an. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020